Willkommen zurück zu SimCity Builder. Ich habe vor, in dieser, in der nächsten Woche Aktiva zu spielen. Das hat vor allem das Ziel, hier mehr Punkte zu holen. Ich habe gerade Punkte geholt, um in der besten Liste auf jeden Fall aufsteigen zu können. Es ist halt so, hier unten holt kaum jemand Punkte. Es sind vier Leute, die da was gemacht haben mit mir. Und ja, das ist recht wenig, sag ich mal. Dann habe ich noch vor, das hier zu machen und das hier, damit wir endlich wieder neue Katastrophen machen können. So, dann sammeln wir das mal ein. Ich lass es erst mal. Ich muss nämlich mal nachgucken. Wohngebäude ausbauen. Okay. Nein, nein, nein. Also das mit dem Mehl hat mich schon ziemlich angesprochen. Ja, das hier. Dazu muss ich nur ein Mehl wieder stellen. Und das schaffe mir ganz leicht. Die Abschaffungi der Katastrophen der Katastrophen. Musik 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 Die Strecke Musik Musik Habe ich dann doch nicht gebraucht. Das war das hier, ja. Na gut, dann machen wir davon noch was weg. Ups. So, das ist soweit noch komplett. Haben wir hier noch einen Nagel. Und dann machen wir hier noch was weg. Und dann machen wir hier noch was weg. Und dann machen wir hier noch was weg. Okay, dann ist da alles schon mal in Ordnung. Solange können wir mal rüber gucken im Frostfjord. Und hier kann ich mal Geld abholen. Ähm. Upgrade-fähige Attraktionen. Sie haben eine Attraktion in dieser Region freigeschaltet. Die Gebäude können nach dem Bau noch verbessert und verschönert werden. Aha, Nordlichtforschungsinstitut. Sind aber ziemlich teuer. Okay. Ja, hier brauchen wir wieder Holz. Neun Stahleinsamen. Okay. Ja. Nicht unbedingt was für mich dabei. Exportzentrale. Okay. Hm. Nein. Hab ich nicht. Okay. ganz kapiert. Hab ich nicht ganz kapiert. So. Dann gehen wir mal zurück. Und dann gucke ich mal kurz. Wir haben vier Stück. Vier von fünf. Hier. Hm. Nein, danke. Okay. Ja. Da fehlt uns eine Lagerstange. Das reicht nicht. Das reicht auch noch nicht. Okay. So. So. Und dann werde ich hier noch ein Pariser Voddel. Warte mal. Okay. Ja. Ein Pariser Voddel. So. Dann holen wir uns hier mal die Punkte ab. Ich habe nicht vor, viel weiter jetzt noch zu machen. Es hält nur noch 13,5 Stunden. Aber da haben wir was freigeschaltet. So. Äh. Bei Parks ist etwas. Irgendwas mit einem Stern dran. Achso. Ja. Hier. Diese chinesische Theater. Die sind eigentlich ziemlich gut. Ich würde mir gerne noch mehr davon kaufen. Ja. Ich glaube, ich mache es auch. Ich hole mir einfach. Warte. noch zwei weitere hier hin. Kann ja nicht schaden. So. Aber jetzt zum Bürgermeisterpass. Ähm. Muss auf Wasser und neben einer Straße platziert werden. Das wird etwas kompliziert. Hm. Ja gut. Also ich habe hier nicht wirklich viel Wasser. Warte mal. Achso. Der muss auch auf Wasser platziert werden. Schade. Okay. Dann gucken wir mal noch kurz, ob wir irgendwas hier noch machen können. Bergbereich erweitern. Vielleicht beim Frostfjord. Lieferung nach London abschließen. Nee. London Town Gebäude. Nee. Das schaffen wir nicht. Gut. Dann gucken wir mal kurz beim Frostfjord, ob wir da eine Bergregion freischalten können. Nein, können wir nicht. Okay. Und ich habe immer noch keinen Stahl einsammelt. Dann sammeln wir mal ein bisschen Stahl. und stellen einmal die Fischkonserven her. So, ist denn hier alles geregelt. Eine Pumpstation haben wir. Abwasser haben wir. Warte mal. Strom. Da. Schenke ich euch. Kann man abreißen, aber geht nicht. Ja gut Leute. Ich glaube wir werden hier weiter nichts erreichen. So, dann gucken wir mal kurz, wie hier das so aussieht. Das reicht noch. Reicht noch. Reicht noch. Reicht noch. Reicht auch noch. Feuerwehr. Reicht auch. Polizei. Gesundheit. Parks. Ah, leider nicht alle Gebäude. Landschaft auch nicht alle. Bildung haben wir im Überwachs. Okay. Na gut. Ähm. Okay. Hier müssen wir dringend was ausbauen. Ähm. Ja. Da hin. Nein. Da hin. Okay. Da hin. Da hin. Da hin. So und so irgendwie stelle ich erst mal hier hin. Sumo-Halle freigeschaltet, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt, ah, habe nicht genug goldene Schlüssel, dann nehmen wir einfach das da, lassen wir das mal da, okay, also Leute, ich glaube, das war's mit der Folge, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, tschüss.